Heutzahme, er ist Riyad und ich bin Nicola und wir sind Lehrling als Plattenleger bei Nevaplatten AG. Heute zeigen wir euch unseren Arbeitstag. Andiamo! Als Plattenleger müssen wir Wand und Boden mit keramischen Platten verlegen, zum Beispiel Baden-Zimmer und Kuchen. Als Plattenleger bin ich vielen verschiedenen Gehörten. Man sieht mich aus der Schweiz. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass man mit vielen verschiedenen Baumaterial arbeiten kann. Lass mich mit wieder aufstehen, ist auf jeden Fall, wenn ich bei der Arbeit bin, dass ich gerade das ganze Team sehe. Ich finde unser Team mega cool, wenn wir etwas brauchen. Unser Lehrmesser ist immer da. Wir sind immer gut unterstützt. Wenn man zu der Plattenpflegung kommt und man einmal angefangen hat, ist es schwierig wieder rauszukommen. Auf einmal ist es einfach schon fünfte Zeitverbot, einfach wie im Null, weil wir einfach so Spass an der Arbeit haben. Und dann kommt der Chef und sagt auf, wo wir zusammen herumgehen. Ich finde es gut, dass wir mit Neva nach dem Abschluss weiterarbeiten können und es gibt die Möglichkeit weiterzubilden. Heute haben wir einen Einblick auf unseren Arbeitsalltag. Dann würde ich euch nur empfehlen. Bewerben euch! Yes! 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 Okay, brybe! Jetzt losгу Signal!